jo was geht ab leute ich bin es mal wieder euer jossgamer und ja wie gesagt ich spiele alleine die neue herausforderung denke ich mal königsspiegel herausforderung genau und ihr bekommen bekommen den ja ja königsgeist und ihr wer wird dann den königsgeist bekommen wenn ihr level 8 sein und ja den so insgesamt zwölf sieger und hier nur zehn sieger damit ihnen die card bekommt okay ich denke mein deck ist man richtig gut unterwegs wir machen man noch ein kampf arena 5 mann ich mag arena 6 spielen okay ich denke das war jetzt nicht alles oder er hat sein ganzes elixir elixir kostet bitte nein nicht schlecht schreiben und ja ich weiß nicht was ich legen soll einfach jetzt mal die valküre so damit sie den angreifen kann und ja den einfach mal gleich hier machen was heißt denn hier eigentlich alter junge der tankt ist gut das ist wenigstens fast geschafft muskeltier los elixir um entferne tom ok den paura kann ja von mir haben Okay. So, hier nochmal. So. Und ja, dann spannen wir für die Skelettsarmee. Nicht schlecht. Und ja. Haben wir hier auch mal gleich. Pfff, alter. Ah, Krampf, Krampf, Krampf. Okay, Krampf haben wir weg. Oh, den Tauber hat er auch, oder? Ja. Den Tauber hat er. Ist aber nicht all so schlimm. Ah, okay. Bla, 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 bla. Oh mein Gott. Okay, der ist nah am Tauber. Ich glaube, wir haben gewonnen. Gutes Spiel. Explodieren. Yep. Ja, okay. Ähm, ich denke, wir machen nur ein Video so bis, warte, ja, so 14 Minuten ungefähr. Ja, das wird reichen. Einmal den Schweinereiter bekommen, das ist auch eine gute Zahl. Ah. Ich denke, wir machen dann erstmal einen Du-Kampf, damit ich mich erstmal aufpowere. Wenn er das gleiche Deck hat, wie ich, dann kann er mich mal am Deed. Der ist gut, der ist gut. Kein Grund zur Sorge, dass er schlicht ist. Oder sie. Bah, mein so russischer Name, den kann ich nicht lesen. Nicht lesen, ich kann. Ja, dann kann er schon holen. Ja. Okay. Alter, wie gut. Der ist ja mega. Ich feier ihn, Alter. Ich kann ihn feiern, Mann. Wer hätte ich jetzt noch? Okay, so, Alter. Nein. Riesenskelett. Nehmen wir auch mal gleich ins Spiel. Ja, im Spiel. Damit die Bombe reinkommt. Okay. Die muss down sein. Okay, den Tower hat er auch. Nicht schlecht von ihm. Der nochmal hier. Muskeltieren. Oh nein. Warum getroffen, ey? Ach, warum hat der nur getroffen, ey? Nur getroffen, ne? Von allen Dingen nur getroffen. Nur, ne? Hier werde ich erst mal. Und dann hier. Wenn er jetzt Magier hat, dann ist er, dann ist er gut. Oh, feile. Oh, feile. Feile. Er macht mir den Kopf größer, Alter. Er kleiner, meinte ich. Komm, einmal treffen. Komm, einmal treffen. das ist unfassbar jetzt auch noch mal hier ein riesen skelett denn ja könnte man nehmen obwohl dies schlecht ist okay los 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 geht voran was ist das alter ich könnte mich schon auch genau das meinte eigentlich ist dieser deck gut aber jetzt wahrscheinlich nicht ja 22 sekunden noch lohnt sich lohnt sich definitiv noch ja okay könnte man nehmen könnte man nehmen ja der kommt jetzt auch voran aber gutes spiel gleichstand also unentschieden hat er noch mal glück dass er seine dufe zahl noch mal hat hexe und muskeltieren muskeltieren wie heißt sie muskeltieren ja und muss mich irgendwie kratzen das ist so scheiße was er denn jetzt macht hey lol ich hatte keine ahnung was er jetzt gemacht hat das ist auf jeden fall ein spannendes spiel die walgüro ich feier sie einfach die ist so gut dass ich jetzt den drachen baby setzen sie wollen gleich konnten wir ab bis die daumen sind ich glaube dass auch der lux hier reicht ja so und dann nochmal muskeltieren ja sieht gut aus es sieht gut aus gutes spiel sieht gut einfach nur gut aus ja nur noch vier minuten und dann müssen wir schluss machen wo eine silber truhe eine silber truhe okay schon mal die 1622 gut wir brauchen 1700 dann sind wir arena 6 ja krass einfach ich hab noch nicht einmal den nicht den auch nicht den auch nicht den auch nicht den und auch nicht den 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 oh den und entferne dragon lava hund und freeze und ich hab auch noch nicht das dümmste ist dass ich noch nicht kobold fast habe den bekommt man mit arena eins oder zwei das ist so komisch machen wir jetzt erstmal ein du kampf zum schluss und dann verabschiede ich mich von euch okay der eine typ hat einfach magia okay magia ist gut jetzt setze ich einfach mal den jetzt und schweinereiter nicht schlecht oh gott noch diesen prinzen einfach oh gott na den hat er erledigt nicht schlecht nicht schlecht okay keine chance gift jemand hat gift na ist auch noch überraschung ein flächenscharn ne ich werde den hier hinsetzen ja der musste auch schnell down sein ja ja also es hat nichts geändert und komm mal her ja los man muskeltier wut 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 Ich denke, dazu sagst du mal, ups. Nein! Jamojen, jamojen, und der Päcker ist down. Was ist das für ein Wunder jetzt hier? Los, geht down, Mann, geht down, richtig down. Okay, den letzten Tower müssen wir haben jetzt. Na, 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 na. Na, die Verküri. Yay! Ups, wieder mal mein Tisch. Ja, wir gewinnen das Match. Oder? Ach, wir werden den Herzen versetzen, Alter. Geht mir auf den Sack. Ja, gutes Spiel. Das war auch gut. Null. So, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ein Like da lassen. Und mich abonnieren nicht vergessen. Ciao.